herzlich willkommen zu einem weiteren video hier auf meinem kanal heute zusammen mit ich hallo ich bin ich ja ich bin ich und du bist du ja ich bin ich und du bist du äh bester keine ahnung was aus der volkschschule in so gedicht war es ja komm ich drücke confirm und die map passt hier hoffentlich denn es gibt kein zurück mehr es klingt so es gibt kein zurück mehr ich weiß gar nicht was ich nehmen soll diesmal ich weiß auch nicht ich glaube da ist kein platz für eine plant tutsche und auch kein platz für sonst was ja ich glaube ich muss ich glaube ich muss wirklich auf den body gehen und dann das erholen re roll re roll ich gebe mich hier meine ganze re roll ich habe keine energie mehr das ist eine frechheit ok los geht's also ich habe ganz am anfang wie ich gerollt habe den affen bekommen den ich wollte ja glück so kommen jetzt wo kommen jetzt die blutens raus aber du hast den typen ja habe ich dann rasch ich dich jetzt abrunde zwei mit blut und dann bist du dort und dann bin ich der toad aus mario dort genau so ähm destroy Ui! Er fanden. Das sieht aber so hoch. Nein! Du gehst. Game over. Bitte. So, da kommt nix durch! Nix kommt da durch! Nix! Ja, ja. Boah! Bei mir kommt was durch. Scharfe Shuriken und Distraction. Jetzt. Da kommt nichts durch. Mittlerweile nicht mehr. Oder? Also, nee. Dieses Sonntags. Wollen wir's ausprobieren? Wollen wir's ausprobieren? Nein! Ach, probieren wir's aus. In Portal 2 wird ja immer gesagt, Testing is the future. Ey! Ja, bitte, komm. Okay, ich hör auf mit dem Blumen senden. Das war's. Nix kenne ich noch. Auf dem Mikrofon voll zu spucken. Ich spuck mein Mikrofon gar nicht voll. Nee, gar nicht. Nee, gar nicht. Das mache ich nicht. Das ist so. Das No-Go. Ja, das ist ein Effekt. In der Nachbearbeitung. In der Nachbearbeitung. Ehh. In der Nachbearbeitung. Na ja, genau. Das ist alles. Stell dir mal vor, irgendein Hirnli wird das so erfinden. Ist das wirklich komisch? Aber Scher, ich hab keine Probleme mehr gegen Camo-Bloons. Und bin ganz safe. Apropos Camo-Bloons, danke, dass du mich erinnerst. Ich hätt' nämlich Pulsier. Dann mach' dir, Typie. Ja, ich spar' wieder auf meinem Blumen-Jitsu. Und dann ist alles eh gut. Stimmt, ich müsste Blumen-Jitsu auch mir mal kaufen. Ähm. Jo. Bemerkst du was? Ja! Ja! Leider! Ich bemerke, dass meine Herzen... In die... Oh! Disconnected. Ich war kurz... Ich war kurz disconnected. Ah! Nein! Ich werde wieder wahrscheinlich... Oh! Was ist mein Internet los? Nix Gutes. Gut, geht weiter. Geht weiter. Und diesmal... Mach' ich euch... Zu uns... Mach' ich hier... Also, da kommt halt fast nichts mehr durch. Fast! Fast! Und sobald... Aber du weißt schon, äh... Ich sag' ich... Ich erinnere dich lieber nicht mehr. Ja. Danke. Stimmt. Ab wann kann man Mo-Opt-Dingen? Ja. Nein, Mo-Opt... Wenn... Wenn ich dir Mo-Opt schicke, dann... Ja, du bin ich weg. Dann kannst du dich verabschieden. Ich glaub' das kann ich sowieso. Ja. Das kann man immer sagen. Ich kann mich verabschieden. Aber weißt du was? Naja, ich kann mich mal... Ich kann mich ja nicht verabschieden. Das ist mein Kanal. Ah ja, stimmt. Oh! Du hast den Typi da. Ist dir aufgefallen, dass du Camo Blooms detekten musst? Kann ich ja. Ja, da kommen jetzt... Da kommen jetzt welche. Okay, ich lass' das lieber weg mit dir. Ja, lass' es! Gut, hier. So. Das war's. Ja, das hoffe ich. Oh, bald... Bald können wir Mo-Opt sind. Noch vier Runden und dann... Und dann bist du The Walking Dead. Der harumgehende Vater? Was ist denn mit dem? Ja. Aber ich brauch jetzt irgendetwas, was dir gegen die Mo-Opt ist und deswegen sparen kannst. Boah, mein Einkommen ist total hoch, weil ich dir so viele Blooms gesendet habe schon. Ich hab' keine Ahnung, was ich grad mache. Du schickst mir Blooms. Nee. Ich spüre... Ich spüre es so sehr. Aber warum mach ich das? Was machst du? Ja, frag ich mich grad auch. Anscheinend nix Gutes, ich krieg' Schaden! Pfff... Ja, da hast du recht. Also, ich glaube, ich überlebe das ganz easy. Äh, ich wünschte, ich könnte dasselbe sagen. Ja, in der nächsten Runde können wir Mo-Opt sind. Es ist einfach so geil. Deine Verteidigung ist einfach so mini und dann meins. Riesig. So. Riesig. Ich wollte grad grad sagen, halt dich aus dem Gespräch, aber womit sollen wir noch die Leute unterhalten? Weißt du, was jetzt passiert? Was uns jetzt passiert? Ich ahne es. Warte noch, warte noch kurz. Hast du's geahnt? Ja. Du hast so'n Inferno-Ring-Typ. Ja. Geil. Warte, bin ich jetzt disconnected? Ja, oder? Nein. Ich bin einfach tot. Ah, ok. Da freust du dich. Gut, weil ich bin grad disconnected. Again. Äh, gut. Gut, ich nehme eine bei einer anderen Web, oder? Ja, nehme eine andere. Äh, sag Stopp. Zurück. 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 zurück 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 ja die gut ich habe keine ahnung warum ich die so geil finde aber ich kann mich nur daran erinnern sich irgendein video von viel laute glaube ich geschaut habe und diese map das erste mal gespielt habe beste erinnerung beste erinnerung einfach war da ich glaube ich nein ich habe kein vierten affen ich kann ja ich warte ich habe den schlechtesten ich habe keine energie ich habe zumindest du hast zumindest sein ja ich starte wie immer der muss hier schön in der mitte meiner sind damit sie die mal diese mitte an nein nein meine zeit richtig in der mitte also wenn die mal da vollkommen durch ich sag nichts von meiner taktik ja ich kann ja auch nicht viel sagen ich habe keine wenn ich jetzt ist connected auch ich würde lieber keine schimpfwörter verwenden denn sonst mir das video end monetarisiert als würde ich sonst irgendwas verdienen aber dann in der zukunft wenn ich über die ja wenn ich halt das ganz bringen könnte jetzt wahrscheinlich end monetarisiert aber gut sagt das mal irgendeine mitte ja das war dann bei dem und bei dem die videos monetarisiert werden habe ich keine ahnung ja ich schreibe ich das in die kommentare das macht er der schritte bestimmt bei seinen 10.000 kommentaren in der sekunde 10 10.000 in der sekunde ja wo er ist dann in der minute schon der sechthin 600 du weißt schon dass du grad game over gehst ja das spüre ich ich habe erst ein herz verloren das ist nicht mehr blutig für dich hier mehr pferde kopf blühen tschüss hey nix tschüss das ist unfair 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 da kenne die nix wir gehen auf die quad darts da fährst du dich komplett weg Mist ich habe jetzt nicht ich habe nichts gegen Prozent ich sage lieber nicht gegen was ich nicht zahlen müssen zwei zugegeben aber doch eigentlich schon ja ich habe es geht gegen alles was er hat bei mir nachher man mag es kann auch aufrufen aber du bist auf apache wahrscheinlich was oder wo ey der kennt jetzt meine Taktik verdammt ich zeigte ich zeigte meinen ich zeigte meinen ich zeigte meinen äh vierten Affen da schon her schütteln dir an er ist richtig schlecht ja gut ich meine da würde ich aber auch den Sniper nicht hinstellen für den irgendwie an den Rand der Galaxie stellen weil er hat ja der ist ja sowieso globale Reichweite ja eh aber ich meine halt dass man ihn sieht ja aber stimmt man sieht ihn überall ach das kostet 140.000 dass das auf dich zukommt ja dagegen kann dein blöder Patsche nichts was naja stimmt du hast Trasierotore der kann Bleibloons zerschneiden ne der kann die Bleibloons wegen IFR oder wie das heißt da kann er doch nur solche Tantyp ich dachte er kann nur Tantyp deswegen machen ja wie gesagt der Schaden ich glaube ich ich glaube ich gehe wieder auf Blumschitz zu ich habe ich gehe wieder auf Affenpland die Affenpland die Affenpland Tutscher hat die letztes Mal nur ich gehe Game Over ich gehe Game Over Drachenatm ja der hat mir nur einen Knickbruch verschaffen der hat dich umgebracht aber weißt du jetzt kommen Zebra Blumes zu dir und alle mit Pferdekopf finde ich gut Ich spare jetzt auf den 1 Affen den ich genommen hab weil mir dir aufgefallen ist ich hab bis jetzt nur 3 Affen platziert und der nächste Affe den ich platzieren werde der kostet einfach 3 äh ich habe 2 Affe platziert der kostet einfach 3000 der Affe welche Affe kostet Super Affe verdammt hahaha was ist seine Schweine Affe. Der Superaffe wird dich umbringen. Der Superaffe wird dich so umbringen. Oder ich glaube, ich kaufe Blumencheats zu. Das kostet auch 3.000. Das könnte alles gut sein. Ohne, ich schlafe das da. Das könnte auch gut sein. Aber weißt du, ich nehme das da. Ja gut, mit deinem Sniper kommt halt einfach nix durch. Ja, aber schäle der Superaffe, was der macht. Der schrägert die Blumen. Ja, ich weiß. Der macht... Was war eigentlich denn vierter Zusatz-Affe? Der Schnipper. Das habe ich ja gesagt. Ihr, du hast gesagt, der ist verdammt schlecht und der... Der Superaffe. Ich glaube, der ist halt nicht so gut in Nutzer-Defense-Bethodes. Ja, im Preis-Leistungs-Verhältnis ist unser Kacke. Aber sonst ist er eigentlich ganz gut. Und weißt du, schau mal auf die Rundenanzahlen, die wir schon gemacht haben. Oh, verdammt. Und weißt du, was auf die Pflicht zukommt? Ein Pferde. Du wirst sterben. Ja, merke ich auch. Ah, nein, ich disconnecte. Ich disconnecte. Ja, ja, gut. Gut. Wirklich gut. Ich habe noch nie gewonnen. Das ist das Ende vom zweiten Part. Im dritten Part sehen wir uns wahrscheinlich wieder, Maul. Mit ich. Ja. Und ja, falls ihr euch gefallen habt, lasst Like und ein Abo da. Und wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Ciao.